Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Heute gibt es zwar wieder ein Chaos-Video, denn ich habe mir gedacht, es gibt so ein paar Teile in diesem Spiel, die ich nicht so schön finde und diese könnte man doch eigentlich mal versuchen so zu gestalten, dass sie einem vielleicht doch halbwegs gefallen. Und wir starten natürlich jetzt auch rein, denn ja, also ich habe so ein paar Sachen gefunden. Ich werde sie euch auch hier in der Seite auch immer schön einblenden. Und dass man auch dieses Originalbild quasi nochmal sieht, was ist das Teil, was mich stört. Und ja, zunächst haben wir halt diesen Rock, den ich dann gefunden habe, also den ich halt auch nie benutze. Aber ich habe gesehen, dass er diese schöne rosa Farbe hat. Es war zwar schwierig, was zu finden, was wirklich dazu passt, aber letztendlich bin ich doch wahrscheinlich sogar am zufriedensten mit diesem Outfit. Und der Rest, naja, also manche Sachen gingen wirklich ein bisschen in der Hose, bin ehrlich. Also die haben mir gar nicht gefallen, aber das ist soweit schon ganz gut. Ich habe auch geguckt, dass ich halt nicht nur Sachen nutze zum Stylen, die ich sonst auch nutze, sondern dass ich mal auch ein bisschen abstraktere Sachen benutzt habe, um es aufzupeppen, damit es einfach eben einfach mal was anderes wird. Also wirklich, wirklich und nicht nur, oh, ich nehme einfach das und versuche es mit den Sachen, mit denen ich mich comfortable fühle, dass man die damit dann irgendwie rettet. Zur Abendkleidung habe ich mir dann dieses Kleid ausgewählt, weil ich nutze es nie. Warum ist das hier so eckig? Warum? Also wenn das weg wäre, wäre das eigentlich ganz süß, aber I don't know, irgendwie sagt mir das nicht so zu. Deswegen habe ich das eben auch ausgewählt. Und dann habe ich nach irgendwas gesucht, was irgendwie eine Jacke oder so, die man drüber zieht. Aber leider hatte ich irgendwie nichts Schönes als Jacke. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sind solche Handschuhe oder sowas gut oder irgendwas, was man quasi drunter zieht. Also damit halt dieser Fokus nicht auf diesem Dekolleté liegt. Ja, und da habe ich dann ja auch letztendlich was gefunden. Und ich bin sehr froh, dass ich das gefunden habe, weil das hat alles besser gemacht in meinen Augen. Weil eben dieser Fokus dann nicht mehr auf dem Dekolleté liegt. Und das ist ja genau das, was man sich wünscht, wenn halt die Stelle, die einem nicht gefällt, wenn man davon ablenken möchte. Genau. Und ungefähr so bin ich halt auch dann mit jedem Outfit dann vorgegangen. Wie man sich dann wahrscheinlich auch denken kann. Was sind Teile, die euch gar nicht gefallen in diesem Spiel? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil jeder hat ja so das eine oder andere Teil, was er immer benutzt oder halt nie. Und ich zum Beispiel benutze immer diese Jogginghose aus dem Retro-Fit-and-Chick-Kit. Weil diese Jogginghose, das ist mein Leben. Nee, aber die passt halt auch einfach zu jedem irgendwie. Und I don't know, aber die ist schon sick. Und hier habe ich halt das so gemacht, dass man diese Hose, dass man halt da diesen Bund einfach nicht mehr sieht, ne. Also, dass ich ein T-Shirt genommen habe, wo man das halt dann einfach, wo man das dann nicht mehr sieht. Weil dieser Bund ist das, was mich halt vor allem gestört hat. Ja, und bei dem wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Weil ich hasse diesen Pullover. Er sieht einfach immer hässlich aus. Also, das Outfit gefällt mir auch absolut gar nicht. Muss man jetzt letztendlich auch einfach mal sagen. Also, weil ich habe da nichts gefixt. Weil, was soll man da fixen? Wie soll das gehen? Wie soll man das schöner machen? Ein Pullover. Also, zum Schlafen kannst du dir auch keine Jacke anziehen. Die man dann drüber zieht, sodass es nicht so auffällt. Das war ein bisschen blöd. Und, wenn ehrlich, das hat mir gar nicht gefallen. Aber, ist ja auch nur die Schlafkleidung, ne. Also, der muss auch nicht immer alles so passen. Ne, wie, wie, meh. Ja, dann hierbei dachte ich, okay, dieses Kleid soll ja ein bisschen süß sein und so, glaube ich. Ich weiß es nicht. Mir gefällt es auf jeden Fall persönlich jetzt eher nicht so. Aber ich dachte so, okay, dann versuche ich halt, das irgendwie süß zu halten weiterhin mit dem anderen restlichen. Und, ähm, I guess, ich habe das geschafft. Also, die Lolita-Schuhe, die passen da, glaube ich, auch ganz gut zu. Ähm, dann die Schrumpfhose und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt genau getroffen habe, was ich mir erhofft hatte. Also, ich mag das Kleid natürlich trotzdem nicht. Aber, es ist in Ordnung, würde ich sagen. Also, wie gesagt, die Schlafkleidung gefällt mir weniger. Und hier habe ich dieses, ja, eigentlich ist es ja, glaube ich, vom Badeanzug halt ein Oberteil. Aber es gab dazu keine passende Hose. Ist mir dann erst so richtig aufgefallen, also weil ich das halt nie benutze. Und dann dachte ich, okay, damit man nicht so sieht, dass dieser Rotton nicht hundertprozentig matcht, äh, ist es vielleicht schlau, dieses, mit diesem Tuch zu nehmen von Island Living. Weil dann fällt das ja einfach nicht so auf. Und dann, ja, habe ich mich halt darum gekümmert. Dann finde ich, ist es auch halbwegs in Ordnung. Aber, also, I don't know. Ich finde halt, entweder du ziehst ein Bikini an oder einen Badeanzug. Und das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und jetzt im Heißwetter-Outfit sieht man auch dieses Oberteil. Ich habe das noch nie benutzt. Ich weiß auch nicht. Also, wahrscheinlich ist es irgendwas, was aus einer bestimmten Kultur kommt, was ich nicht kenne. Aber ich finde, es sieht auch einfach nicht schön aus. Also, viele Sachen, die so kulturell sind, die ich halt nicht so oft benutze oder so, da sehe ich aber trotzdem, dass sie schön sind. Aber, dass ich sie einfach nur außerhalb dieser Kultur nicht benutzen will, weil das vielleicht ein bisschen, ne, unpassend ist. Aber, I don't know. Irgendwie dieses Oberteil sagt mir einfach gar nicht zu. Und dann jetzt hier beim Kaltwetter-Outfit habe ich halt diese Stiefel von Vampires genommen, weil ich hasse diese Stiefel so sehr, ne. Wirklich, ich habe, ich hasse diese Stiefel. Und jeder Sim von mir generiert mit Niden. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich sie jetzt hier ganz gut stylen konnte, würde ich sagen. Weil ich habe einfach eine Hose genommen, die halt das bestmöglich halt kaschiert, weil sie halt da drüber geht. Und länger ist, als wie hoch die Stiefel gehen. Und das ist halt, glaube ich, so das, womit ich die dann ganz gut retten konnte. Aber so ist es jetzt einfach nicht so aufgefallen, sage ich mal. Genau. Aber, das waren jetzt meine Looks soweit. Ich werde euch hier jetzt in der Endcard irgendwo noch mein letztes Create-the-Sim-Video zeigen. Oder zumindest dieses, ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall anklicken. Ich denke, ich werde das verlinken, anstatt mein letztes Chaos-Video. Aber, ja, vielleicht auch mache ich auch einfach beides. Vielleicht bin ich so cool, hä? Fragt mich nicht, was es hier soll, okay? Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss! Tschüss!